ha 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 Das ist ein wenig Strohh Caucas nicht wahr? Servus Leuté und herzlich willkommen zu einer neuen Runde personenbrau Wir spielen heute hehl in der mid lane Ich dachte, ich mach mir mal ein Hehl-Video. Irgendwie brauche ich doch Eggis, oder? Oh, ich weiß nicht. Also, das Eggis. An sich bräuchte ich Beats gegen Fendi, aber wenn ich meine zwei richtig einsetze, kann ich seine Ulti ausweichen. Und Zeus guckt einfach viel ab, der Hund. Was habe ich denn so auf Instacast? Also, solche Spieler wie die Najah gerade, gell? Die hasse ich wie die Pest, Alter. Das sind solche Hunde, ich hör's dir. Also, wenn die jetzt Speed invaden geht, also ihr kennt ja diesen Support Dart, wo der Support den Speed invaden geht. Was für ein Hund, Alter. Ehrenloser Pisser. Naja, wenn sie glücklich macht. Wahrscheinlich hat er's nicht mal geschafft, oder? Krieg der Million? Ach, verdammt. Autotext, wenn ich die Teff? Autsch. Von my way. Äh. Okay. Hihi. Hihihihi. Hat er ein bisschen die Hehl unterschätzt, gell? Also, Hehl mit denen ist jetzt nicht, äh, nicht der Übershit, aber Damage macht sie auch. Und da die Rechts abgelenkt sind, kann ich locker invaden. Ich verschwende jetzt keine Zeit hier mit sinnlosen Kämpfen. Okay, ich geh leider auch nicht rein. Nice, Alter. Okay, okay. Gutes Game. Ist das ein... Hey, ist das den... Ach, das hier ist doch irgendwie Solo, oder nicht? Ah, ich blick auch nichts mehr. Auf jeden Fall, äh, kommen da... Alter, wie viele Minions kommen da gerade? Loll. Au. Alles klar. Muss mal ein bisschen zurückgehen. Und es geht wieder ab. Oh, Gott. Kein Problem, Bruder. Alles klar. Ja, kein Problem, Alter. Alles cool. Gank. Attack! Completing. Your right tower. Attack! Okay. On my way. Oh, ja. Gib mir Totem, Bruder. Hm. Ähm. Geht jetzt Heus nach rechts? Ganz ehrlich, Leute. Ich werde einfach fahren, gell? Ist jetzt sinnlos, da ganze Zeit zu notieren für sinnlose Kämpfe. Jetzt können wir wieder unseren Red machen. Nichts skillen wir mal eine zwei, weil Fendi hat ja Ball-Dulti. Also, Leute. Ich bin, ich bin gegen dieses Dauerkämpfen, was die hier gerade abziehen. Ich finde nicht, dass das was bringt. Okay, Zeus Ulti ist down. Weil wenn man die ganze Zeit rotiert und die das kämpfen, das bringt einfach gar nichts. Oh, verdammt. Eck ist down. Und wahrscheinlich stirbt man dann noch so sinnlos während dem Dottieren. Scheinbar unnötig. Ah, verdammt. Anderf. Der sagt, ich müde euch jetzt. Aber der ist der Einzige, der redet. Alles klar. Dunnt. Hat die Schnauze, Alter. Okay, kriegen wir es wieder hin, seinen Red zu klauen? Nein. Schade. Verdammt. Egal. Back ich? Ja, ich back schnell. Ah, nee. Ich brauch 50 Gold. Verdammt. Er ist tot? Ja. Nice Rotation von Poseidon hier. Ich hau ab, weil der Fan-Dier wird gleich auf mich jumpen. Wir holen Cooldown-Boot. Safe. Ein paar Worte wäre natürlich auch nicht schlecht. Ähm, ja. Gut, gut, gut. Und sonst, ähm, gestern, also am Sonntag, äh, konnten wir nicht streamen. Sorry dafür. Der Dino ist gerade unterwegs nach Hamburg und hat da ein paar Sachen zu klären. Deshalb ging das nicht. Uh, Bruder, da ist er gerade echt? Kein Ding, gell? Ja, der Dino ist unterwegs. Hat ein paar Sachen zu klären, deswegen hat er auch noch seinen Rechner nicht ausgepackt. Und deswegen geht's auch nicht. Und ich hatte leider gestern Spätschicht. Ja. Aber wir sind bald wieder zurück, keine Sorge. Dafür versuche ich natürlich hier umso öfters Videos rauszubringen für euch. Oh, da ist ein Fendry, ja. Ja, clear the wave. Retreat, left lane. Enemy ultimate incoming. Ultimate is ready. Enemy spotted. You're insane. Nice. Digga, der Poseidon ist zwar ADC, aber der notiert richtig gut. Gestern habe ich auch Rank gespielt. Und ich hätte fast ein Video hochgeladen, so ein Kammerzots mit Video. Nur ist es gegen Ende so ekelhaft geworden. Das wollte ich euch da nicht antun. Und das ist dann gegen Ende voll langweilig geworden. So sinnlose Kämpfe, die wir da verloren haben, aber es war einfach nur Scheiße. Ja, und so eine Scheiße wollt ihr euch auch nicht ansehen. Und ich will auch nicht, dass ihr euch so was ansehen müsst. Brauchen wir nicht. Wir brauchen gute Games. Die Poseidon ist Level 10. Der Tier nimmt auch auseinander. Also das Game ist eigentlich schon safe and win. Ich hoffe nur, die geben nicht auf, damit wir ein bisschen Spielzeit haben, dass ihr euch das auch anschauen könnt. Also 10 Minuten Video will ich eigentlich auch nicht hochladen. Alter, Hail is broken. Wollte ich nur mal sagen. Na, wir gehen jetzt nicht nach links. Ja, ich komme auch nach rechts. Wir stehen 5-0, Level 10. Also wir stehen echt gut da. Defend hier irgendwo. Kann ich mir das leisten? Ja, Alter. Ach, irgendwie wäre Beats doch besser gewesen, glaube ich. Hätte ich Beats gehabt, hätte ich überlebt, glaube ich. So, wir gehen, wir gehen. Ich bin am überlegen, ob ich mir Breastplate holen soll. Oder Magical Defense. Anniperation. Eben. Wisst ihr, was ich mir hole? Ich glaube, ich hole mir Magical. Wir warten noch kurz für ein bisschen Gold. Jungs, er hat auf zu sch... Er hat auf zu throwen. Da steht der Poseidon, P1, ach, das ist Level 12, alle. Der hat den Reddorf geklappt. Okay. Da ist eine fette Wave in der Mitte. Okay, da war eine fette Wave in der Mitte. So. Okay, das wird auf jeden Fall kein 10 Minuten geben, weil die Gegner, äh, kriegen auch noch ein paar Kills, also werden sie nicht gleich aufgeben. Der Zeus ist rechts. Oh, okay. Nein, digger. Nein! Oh scheiße, Alter. Und weiter geht's. Alter, nein. Die Affordat, die lebt ja immer noch. Komm schon, Bruder. Komm schon. Nein, die geht ja nicht. Haha, die bleibt safe. Ja, okay. Okay, der kriegt sie. Alter, die lebt ja immer noch. Äh, scheiße. Okay, das entwickelt sich zu einem guten Game. Wir holen uns Divine Ruin jetzt. Krass. Und Beats, Alter. Diese Scheiße brauche ich unbedingt. Ich komme. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ja, wie die meisten mitbekommen haben, spiele ich jetzt noch. Nebenher Ark Survival. Was eine scheiß gute Abwechslung ist, ohne Wiss. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr dauernd 2 Rank zockt. Ich krieg Aggression, Alter. Ich werd noch, äh... Digger. Der Mid Tower ist weg. Was denkst du denn, wo der Mid-Lehner sein wird, Alter? Als würd ich nie nach rechts rotieren. Jetzt chillern wir auch. Ich bin gleich zurück. Digga. Der Mid Tower ist weg. Was denkst du denn, wo der Mid-Lehner sein wird, Alter? Jetzt chillern wir auch. Hm. Na! Ich glaub's nicht, Alter. Ich bin so dumm. Ah, fuck you. Ich hab ja B2NX getauscht. Ich hab B2NX da eingesetzt. Irgendwie glaub ich, dass wir das Game noch verlieren werden. Das ist jetzt ein Arena-Game. Das ist gar kein Dings, Alter. Wir hätten schon 15 Mal Gold Fury machen können. Ich geh nach links. Ach, immer diese Arena-Conquest-Games, ey. Schau mal, ich war vor dem Zeus. Der hat jetzt mehr Gold als ich im Level höre. Ja. Sehr gut. Aber ey, ihr habt den Keel in der Mitte bekommen, Alter. Richtig nice, ey. Ah, Dino, Alter. Der braucht endlich mal wieder seinen Rechner. Kann nicht mehr alleine rankzocken. Um, okay. OFFICER Dino, Alter. Ich hab sie zurück mit den disadvantage. I?! Was das aber richtig passe. Oh, ich habe dich klar. Ja, ich hab seine G君se. Also. Das ist mein Ge ist klar. Ich versage die Gold Fury. Vielleicht mache dich besser. Also spielen wir weiter, Arena. Okay, Digga. Ja, Frodyti nimmt rechts den Tower, Digga. Ihr habt keinen. Hauptsache, wir haben den Kill bekommen. Also ich farme. Okay, gehen wir nach rechts. Scheiß drauf, spielen wir Arena weiter. Macht die Anschein zu Spaß. Alles klar. Hast du diese Scheiße auch noch funktioniert? So, egal, wir haben jetzt unser Divine. Die Aphrodite ist ja broken mit ihrem Healing. Ja, wo habe ich aufgehört zu reden? Ich spiele jetzt Ark, genau. Da Smite mir die Nerven auseinander nimmt, Alter. Den ganzen Spasten, die ich manchmal kriege. Ja, was spielt ihr eigentlich noch so? Also außer Smites zum Beispiel. Ich meine, die meisten Leute in unserem Discord, die spielen, glaube ich, keinen Smites. Und die sehe ich ganz seit League of Legends. Ich sehe auch ein bisschen Ark. Oh, die werden gebackt. Oh, verdammt. Ja, da, 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 da. Okay. Heiß, okay. Hört auf, 15 Mal irgendwas zu callen, Dicker. Oh, verdammt. Habt ihr auch immer so Schwierigkeiten, hier ihre Eins zu treffen? Ah, der Poseidon pusht mit Lane, aber ich glaube, der schafft es nicht. Keine Sorge, Dicker. Nichts doch. Oh, ihr tun Objekte, Alter. Oh, mein alter Retreat, bitte. Retreat. Retreat, right lane. Oh, mein alter Retreat, bitte. Bitte. Machen wir noch Pyro. Ja, das hat sich doch gut an. ich habe auch mein nächstes Horror Game, das ich zocken werde weil ihr wisst ja, ich zocke auch gerne Horror Games aber ich will nicht zu viel verschiedenes auf einmal hochladen, deswegen werde ich erstmal, glaube ich, ein paar ARC-Videos hochladen, bevor ich mein Horror Game anfange also ich weiß nicht, wie viel Interesse hier manche haben an Horror Games, aber ich zock das gerne, deswegen ich habe jetzt auch in den Kommentaren gelesen, dass es ja euch dass ihr zum größten, größtenteils bei allem dabei seid, deswegen haben wir da ein gutes Spektrum ähm, soll ich in die Base gehen und was kaufen oder was na, wir pushen weiter, scheiß drauf oh, Bruder dir nix aber wer okay, nice was denn der, was denn der, nekrii? ich habe mich okay 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 mehr habe ich gerade nicht chillt verdammt mach den, fuck ich, Felix Aja können wir mal ach, leck mich am Arsch, ganz ehrlich Echt Echt brauchst du Healing Bruder Jaha ja ich treffe meine Eins nicht hier ja habt ihr das, der alter oh scheiße ich weiß nicht, wie oft ich meine Eins verfehlt hab will das jemand nachzählen? jetzt mich ist ja ja leute das war's mit tl mit lane hat gut funktioniert schön dass ihr da wart bis zum nächsten mal diese worte sind für uns von großer bedeutung sie helfen uns das auszudrücken was wir als firma anders sehen als andere ja